Es ist durchaus auch wichtig, dass die Nische zu euch passt. Ja, hallo, hier ist wieder Harry vom Win-Win-Marketing-Team. Und heute werde ich wieder ein kurzes Video machen zu einem speziellen Thema. Und zwar Uhren, Armbanduhren. Da gab es eine Anfrage von einem Kunden. Und diese Nische, diese Kategorie werden wir uns mal anschauen. Als erstes werden wir mal Herrenuhren nehmen, Herrenarmbanduhren, und werden die mit unserem Tool analysieren. Und das Tool zeigt, dass wahrscheinlich die Allgemeinbegriffe, hier Herrenuhren, etwas höher angesiedelt sind. Weil viele Kunden wissen nicht, erstmal gar nicht, was sie so richtig suchen, sondern einfach mal nach Uhren. Und man sieht, dass es starke Fluktuationen gibt. Also es gibt immer mal wieder starke Nachfragen an Uhren oder wieder etwas weniger. Und wie macht man das? Also man kann natürlich in Blockbuster-Nische wählen, Herrenuhren. Ist aber schwierig, weil die Konkurrenz ist mittelhoch bis hoch. Also es ist also noch möglich, aber möglich, sag ich mal, mit auch Traffic-Strategien. Ohne Traffic-Strategien wird man wahrscheinlich wenig Chancen haben. Als nächstes sieht man hier zum Beispiel auch, man kann auch Armbanduhren nehmen. Also Armbanduhren ist schon ein bisschen nischiger und zeigt aber ähnliche Konkurrenz an. Also die erste Marke, die man hier sieht, und Marken machen sich immer ganz gut, ist zum Beispiel Armani-Uhren. Man kann auch halt immer hier gucken, gibt es denn Uhren in diesem Bereich von Armani? Ja, sieht ganz gut aus, dass es bei Amazon Armani-Uhren gibt. Die sind jetzt auch nicht so teuer, daher kann man sich das schon mal anschauen. Da gibt es Tommy Hilfiger-Uhren, Diesel-Uhren und man kann immer mal hier schauen. Wenn ihr das mit einem anderen Tool macht, macht es auch nichts, dann geht ihr einfach so auf Amazon und gebt halt diesen Begriff hier ein. Das ist nichts anderes, macht dieses Tool hier Hugo Boss Uhren. Also es gibt in diesem Bereich von 15.000, 19.000 runter bis 5.000 relativ viele Marken Uhren. Und da kann man sich wunderbar eine schöne Nische aussuchen, zum Beispiel mit Tommy Hilfiger-Uhren oder Armani-Uhren, Hugo Boss Uhren. Also nochmal, damit ich das sage und wieder erwähne, es ist durchaus auch wichtig, dass die Nische zu euch passt, weil ihr müsst die dann auch bewerben. Ihr müsst auch Traffic-Strategien anbieten. Ihr müsst das auch in Blogs schreiben und wenn ihr nur eine Nische macht, weil die viel Geld bringt, weil ja Uhren viel Geld bringen, weil die etwas teurer sind, dann wird das schwierig für euch. Dann wird das zu einer schwierigen oder schwierigeren Arbeit. Hugo Boss Uhren, ganz toll hier überall bei Amazon. Ihr müsst dahinter stehen. Also ihr müsst euch auch mal in einem Blog verteidigen, warum jetzt eure Uhren, diese Hugo Boss Uhren besonders gut sind. Nehmt also irgendwas, von dem ihr ein bisschen eine Ahnung habt. Und wenn ihr keine Ahnung habt, dann informiert euch, wenn ihr da rein wollt. Also was ist jetzt Besonderes bei dieser Hugo Boss Uhr? Also Hugo Boss Uhr hat schon mal ein anderes Design, ein spezielleres Design. Hier sind die Hugo Boss Uhren. Also man hat die kleinen Ziffern immer drin. Man hat dieses Boss Zeichen, sieht elegant aus. Was machen die eleganter als alle anderen? Also alles dieses, das muss man auch wissen und für sich selbst bestreiten auch. Hugo Boss Uhren Herren, Boss Uhren, Boss Herren Uhren, vielleicht gibt es hier auch Damen Uhren, nein. Dann kann man das summieren, 8 und 5 sind 13, hier dann noch 15, 16 und dann habt ihr hier ungefähr 20.000 mit drin. Dann müsst ihr gucken, welche Passkategorie, also definitiv über 50 Euro und geht auch, Alleinstellungsmerkmal ist mittelmäßig. Also mit einem einzigenartigen Alleinstellungsmerkmal könnte man aus dieser Nische dann auch, ich sag mal, was waren es, 20.000, 5.000 rausholen. Ne, 4.000 herausholen. So sind es wahrscheinlich 2.500 bis 3.000 ungefähr nach unserer Formel, also der Traffic Potenzial, Annahmen, Passkategorie, Konkurrenz, Alleinstellungsfaktor. Ja, genau und man kann mal nach Sport Uhren schauen. Sport Uhren werden wahrscheinlich in die Richtung Fitness Tracker gehen. Es gibt auch Smart Watches mit Sport Uhren, also Sport Uhren, Sport Uhren wird anscheinend auch eingegeben. Sport Uhren, das ist eine gute Nische. Also das ist 7.000, das ist eine Hausnummer. Also man sollte nicht immer auf 50.000, 30.000 etc. gehen. Es macht dann, wie gesagt, und ich muss das immer wieder erwähnen, es macht dann halt nichts, wenn du zwar einen schönen Traffic hast, einen schönen Potenzial, aber du hast die Konkurrenz. Also ihr müsst gegen die Konkurrenz ankommen können. Und je mehr Konkurrenz, desto wirklich mehr Arbeit habt ihr davon. Und ich habe immer mal wieder, wir haben immer wieder Mails, wo Kunden kritisieren, warum sie nach drei Wochen oder drei Monaten noch nicht auf Platz 1 sind bei Google. Haben aber so eine riesen Nische gewählt. Und wenn es aber eine mittlere bis kleinere Nische ist, wie jetzt Sport Uhren, dann kann man damit durchaus arbeiten. Und dann lieber mehrere Nischen produzieren bei uns. Wir haben ja, wenn man den Auto-Nischen-Marketer bei uns wählt, den muss man anwählen. Wenn man bei uns hosten möchte, dann habt ihr gleichzeitig fünf verschiedene Slots für Nischenseiten. Und daher macht es durchaus Sinn, wenn ihr von diesen Niederkonkurrenz-Nischen dann fünf habt oder vier habt. Das macht viel mehr aus, als wenn ihr alles auf eine Karte setzt. Weil es ist immer, man weiß nie, wie es mit dem Trend aussieht. Manchmal ist es dann irgendeine Situation dort, Marktsituation, die das Ganze pusht. Und dann kommt aus vier Nischen dann doch nur noch eine Nische, die ihr nicht auf dem Schirm hattet, wo ihr vorher nicht so viel Arbeit investiert hattet, die dann auf einmal richtig gut läuft. Und wir reden da aus Erfahrung. Auch bei uns gibt es immer wieder Nischen, die haben wir gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber haben sie trotzdem mitproduziert, die auch immer richtig gut laufen. Und dann skaliert man. Also ihr habt hier Sportuhr-Damen mit 7.000, dann habt ihr schon ungefähr 10.000, eine Garmine-Sportuhr-Damen. Also dann habt ihr 11.000 oder 12.000. Und dann gucken wir mal, welche Preiskategorie. Und wir sehen, dass es eine gute Preiskategorie hat. Also ihr seht da schon um die 200 Euro. Das ist eine gute Preiskategorie. Und ihr habt dann ungefähr, was waren das, 10.000, 11.000. Könnt ihr, da könnt ihr 2.000 Euro rausholen pro Monat. Also es ist schon möglich. Lernstattungsmerkmal ist da. Ihr könnt Garmin reinnehmen, ihr könnt Fitness-Tracker reinnehmen, Polar-Uhr-Sport, Sport-Uhr-Damen. Also das ist eine bessere Nische als die andere. Nehmen wir mal Uhren-Damen. Dann, das wird eine etwas größere Nische sein und wahrscheinlich eher mittlere Konkurrenz. Ja, ihr habt hier zwar schön 60.000, aber da müsst ihr ordentlich Arbeit reinstecken, damit das auch was wird. So, und jetzt habt ihr hier eine Marke. Michael Kors-Uhr-Damen. Und die Konkurrenz ist niedrig. Gucken wir uns das mal auf Amazon an. Michael Kors gibt es jede Menge. Und hohe Preiskategorie ungefähr 100 Euro. Bei niedriger Konkurrenz ist auch, läuft sehr gut mit dieser Nische. Es wird gut laufen. Da müsst ihr wieder aufpassen, wenn ihr die Seite erstellt, dass ihr diesen Namen auf Copyright setzt, damit Amazon nicht meckert und auch nicht Michael Kors. Also ihr habt meistens Kors und Smartwatch da, Michael Kors und, naja, Herren. Also da gibt es viel, viel Möglichkeit, was die Frauen da eingeben. Gold, Rose Gold. Also das ist eine tolle Nische. Ihr habt dort 20, 30, 35, fast 40. Mit einer niedrigen Konkurrenz sind das um die 5.000 bis 6.000, die ihr da rausholen könnt. Also das ist schon eine ganz andere Hausnummer, ja. Und genau, das wollte ich euch damit sagen. Sucht ein bisschen auch bei den Marken. Eine Marke ist durchaus eine Nische. Und dann geht der rein und guckt natürlich auch, was das jetzt für eine Nischenart ist. Das muss ich auch nochmal erwähnen. Also das mit den Uhren sind stetige Nischen. Also das sind keine zyklischen Nischen. Die Zyklik kann ein bisschen dazukommen. Durch Weihnachten, da verschenkt man halt gerne Uhren. Aber auch zu Geburtstag, da verschenkt man immer wieder gerne Uhren. Eine Hype-Nische ist es ganz selten bei Uhren. Also da kann ich mir vorstellen, dass das irgendwelche... Also Smartwatch hatte mal einen Hype, dann ging es ein bisschen wieder zurück. Aber trotzdem und One-Hit-Wonder, das haben wir nur bei ganz selten. Also das ist eine an sich gute Nische. Guckt nicht zu allgemein, guckt nicht unbedingt immer auf... Muss nicht immer ein Blockbuster sein. Und ja, guckt ein bisschen bei den Marken. Auf jeden Fall ist das eine gute Nische. Und ja, muss nicht diese Nische sein. Kann eine andere sein. Aber das war jetzt mal ein Beispiel, um das nochmal euch darzustellen. Viel Traffic bedeutet nicht immer, dass es eine Nische sein muss, die viel Rendite hat für euch und viel Einnahmen. Okay, das war's wieder von meiner Seite. Ich werde mich wieder melden mit der nächsten Keyword-Analyse zu der nächsten Nische. Denn bis dann. Und wenn euch der Kanal gefällt, ja, abonniert ihn doch gerne. Wenn euch das Video ein bisschen was gebracht hat oder gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Und wenn du jetzt noch einen Schritt weiter gehen willst und sagst, hey, ich möchte auch so eine Nischen-Webseite haben. Und aber vielleicht sagst, ich habe dafür keine Zeit, das Ganze umzusetzen. Oder mir fehlen die technischen Parameter. Oder ich habe überhaupt keinen Hoster, weiß überhaupt nicht, wie wir anfangen sollen. Dann habe ich heute eine Überraschung für dich. Und zwar kannst du dann einfach unter dem Video auf den Link klicken. Der heißt laspilafsky.de Nischen-Nachfolger gesucht. Und dort kannst du dir aus unserer Liste eine Nischen-Webseite aussuchen. Oder erstmal eine Nische-Aussuchung, die wir dann für dich aufbauen und dir mit einem richtig geilen Protokoll übergeben. Damit du direkt loslegen kannst mit einer Nischen-Webseite, die wir für dich aufgebaut haben, Geld zu verdienen. Wenn du sagst, das ist das Richtige für mich, darauf habe ich Bock, dann klickst du aber auf den Link, kommst auf so eine Präsentation, wo ich nochmal genau erkläre, wie das Ganze funktioniert, wie das Ganze umgesetzt wird. Auch nochmal, wie das mit den Nischen-Webseiten funktioniert. Und kannst du dann entweder in der Liste eine passende Nische aussuchen, die genau zu dir passt. Es ist auch immer wichtig, dass du entweder eine Leidenschaft dazu hast oder wenigstens eine Affinität zu dieser Nische hast. Und wenn du da in der Liste dann keine findest, die zu dir passt, dann hast du nochmal neben der Präsentation so ein Formular. Da kannst du einfach deine Wünsche, deine Nische eintragen und wir analysieren für dich deine perfekte Nische. Und dann bauen wir sie auch für dich auf. Kein Problem. Also wenn du darauf Bock hast, wenn du sagst, das ist genau das Richtige für mich, einfach unten im Video, unter dem Video auf den Link klicken und dann guck dir die Präsentation an. Und vielleicht ist auch deine Favoriten-Nische gerade dabei. Ja, und du wirst es halt auch merken, unter der Präsentation habe ich immer ein aktuelles geiles Angebot mit am Start, dass du entweder einen zusätzlichen Videokurs mitkaufen kannst oder ein paar Rabatte mit reinnehmen kannst. Jeden Monat ist da ein bisschen was anderes drin. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da mal raufzuklicken auf den Link und einfach mal zu gucken, ist meine Nische gerade dabei oder muss ich das Formular nutzen, um meine perfekte Nische auszuwählen und was sind gerade für Angebote am Start. Von daher, wir sehen uns später. Dein Win-Win-Markt Kalas-Bilaski. Ciao.